Hallo Freunde und danke fürs draufklicken. Ich darf euch die Lisa vorstellen aus Wuppertal, Ruhrgebiet, angereist. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe auch zweimal nachgefasst, naturblond an diesen Haaren war bisher noch nichts. Und heute kommt was, und zwar die Dauerwelle. Ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zuschauen, das wird super. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.